. 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 Voilà, die neue 20-Franck-Note. Ich hoffe natürlich, dass Ihnen die Note gefällt. Ich persönlich finde sie genial. Und ich weiss, dass dies auch bei meinen beiden Direktoriumskollegen der Fall ist. Im April letztes Jahr präsentierten wir die neue 50er-Note und sie stiess in der Bevölkerung erwartungsgemäss auf grosses Interesse. Wir freuen uns über die insgesamt reibungslose Emission der ersten Stückelung der neuen Banknotenserie. Die Protagonistin der heutigen Veranstaltung möchte ich Ihnen nun genauer vorstellen. Die Grundfarbe bleibt, wie bei der bisherigen 20er-Note, rot. Allerdings sind die neuen Noten etwas kleiner als diejenigen der 8. Artenserie. Die neue 20er-Note zeigt die Schweiz von ihrer kreativen Seite. Sie illustriert die Schweiz als Kulturschauplatz, als Ort für kulturelles und künstlerisches Schaffen in verschiedenen Bereichen. Hauptelement der Note ist das Licht. Licht ermöglicht nicht nur die visuelle Wahrnehmung der Natur, sondern auch der von Menschen geschaffenen Werke. Und ist deshalb eng mit dem Thema Kreativität verknüpft. Wir haben Ihnen bei der Lancierung der 50er-Note die prägenden Merkmale der neuen Serie vorgestellt. Die Hand, der Globus, der reale Ort und das Objekt. Diese sind selbstverständlich auch auf der 20er-Note prominent zu finden. Dazu kommen viele weitere gestalterische Elemente, wie Linienstrukturen im Hintergrund und Darstellungen auf dem Sicherheitsstreifen, die alle mit dem Notenthema oder dem Hauptelement in Verbindung stehen. In meinen Bemerkungen werde ich zunächst die wichtigsten Sicherheitsmerkmale der neuen Notenserie in Erinnerung rufen. Diese sollen die Herstellung von Fälschungen erschweren und dem Publikum ermöglichen, die Echtheit einer Note einfach und rasch zu überprüfen. Auf der Vorder- und der Rückseite der Noten der neuen Serie befinden sich insgesamt 15 Sicherheitsmerkmale. Diese sind bei allen Notenwerten in derselben Position und Grösse eingebracht. Gerne stelle ich Ihnen die wichtigsten Sicherheitsmerkmale und die entsprechenden Tests an dieser Stelle kurz vor. Der erste ist der Globus-Test. Kippt man die Note von links nach rechts, bewegt sich ein violettfarbener Bogen über den Globus auf der Vorderseite. Beim sogenannten Streifentest schaut man sich den Sicherheitsstreifen auf der Vorderseite genauer an. Kippt man die Note von links nach rechts, erscheinen auf vier Zeilen rote und grüne Ziffern. Dabei bewegen sich die Ziffern der Zeilen gegenläufig. Der Kreuztest ist besonders einfach. Hält man die Note gegen das Licht und betrachtet das transparente Schweizer Kreuz, wird dieses zur Schweizer Flagge. Für den Dreieckstest betrachtet man die Rückseite der Note. Dort befindet sich unterhalb der Zahl 20 ein Dreieck. Darin ist ein glitzernder Sicherheitsfaden sichtbar. Hält man die Note gegen das Licht, ist dieser durchgehend erkennbar. Beim sogenannten Handtest ertastet man die abgebildete Hand, die Zahl 20 oder den Namen der Nationalbank und spürt den Kupferdruck. Reibt man die genannten Elemente auf einem hellen Papier, hinterlassen sie Farbspuren. Die Ausgabe der 29er Note beginnt am kommenden Mittwoch, 17. Mai. Die App heisst neu Swiss Banknotes und bietet die Möglichkeit, auf spielerische Art die wichtigsten Informationen zu den Sicherheitsmerkmalen und spannenden Details zur Notengestaltung zu erkunden. Sie wird in den nächsten Tagen im App Store von Apple und auf Google Play verfügbar sein. Nun wünschen wir allen viel Freude beim Entdecken der 29er Note und stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.